Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Solops Gear, einem kleinen netten Maus-Ownage-Spiel für zwischendurch. Gib Gas Jungen! Ah, jetzt wird's doch was. Das ist ja gut. Our turner-Bombs. Das ist ja gerade. Ah, fuck. Ah, der ganz unschöne Multiplier weg. Verdammt. Also prinzipiell ist es halt einfach so ein Highscore-Spiel, wo man ganz stumpf mit der Maus halt einfach immer die Höhe oder die Skistrecke halt zeichnet und dann halt einfach mal, ja, verkacken kann. Bedauerlich. Naja, aber immerhin 4 Millionen Punkte. Warum nicht? Kann man mal machen. Wir starten einfach nochmal. Und vielleicht auch nochmal. Gott, was tut es da? Ach komm, da bleibst du noch dran hängen an dem einen Pixel. Das war so nicht geplant. Okay. Neuer Versuch. Den Tunnel schaffen wir. Der Sprung war auch mal ganz ordentlich. Was ist da denn passiert? Okay. Was auch immer das war. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Gib Gas, Junge. Ach so. Das passiert, glaube ich, allgemein, wenn ich diese Green Gates verpasse. Dass dann der Speed da immer total rausgeht. Das ist natürlich ein bisschen assi. Ja, okay. Da konnte ich nichts mehr machen. Da hatte ich einfach zu wenig Speed. Da war ich dann raus. Okay. Einen Versuch mache ich nochmal. Das ist nämlich in der Tat auch relativ motivierend. Das ist bedauerlicherweise. Das ist bedauerlich. Ich frage mich, warum da echt immer die Musik abbricht. Das ist irgendwie unnötig. Die Musik ist eigentlich echt ganz cool. Nein. Ach, okay. Den ganzen Speed verloren. Fuck that. Fuck that. Ich frage mich. Fuck that. Das war's für heute. Super gelaufen. Das ist so, warum macht er denn da keinen Sprung? Das war's für heute. Das war knapp. Ich glaube, ich belasse es auch mal dabei. Ich denke, das Spielprinzip ist relativ schnell klar geworden. Den Link zu Solops Gear findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken, wünsche noch einen angenehmen Tag und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.